Es ist eine dieser schrecklichen Wahrheiten der Welt, dass guten Menschen schlimmen Dingen widerfahren, und der Fall von Schwester Catherine Kesnick ist einer dieser Beispiele. Kesnick war Lehrerin in Baltimore und versuchte Schülern zu helfen, die missbraucht wurden. Ihr Mord bleibt ungelöst. Bei aller Presse und Bekanntheit, die dieser Fall auf lange Sicht bekommen würde, begann er äußerst normal. Laut der Baltimore-San verließ Schwester Catherine Kesnick am Abend des 7. November 1969 gegen 19.30 Uhr ihre bescheidene Wohnung und machte sich auf den Weg zum Einkaufszentrum in Edmondson Village. Soweit ihre Mitbewohnerin Schwester Helen Russell Phillips sagen konnte, war sie unterwegs, um ein Verlobungsgeschenk für ihre Schwester zu kaufen und ein paar Besorgungen zu erledigen. Ein weiterer Artikel der Baltimore-San versuchte, ein klares Bild des Abends zu zeichnen. Kesnick hielt bei einer Bank in Catonsville an und löste einen Check über 255 Dollar ein, Teil einer ziemlich regelmäßigen Routine. Entweder sie oder Phillips machten immer jeden zweiten Freitag Halt, um ihre Gehaltschecks einzulösen. Danach schien sie eine Bäckerei im Geschäft der Hedge Company in Edmondson Village einen Besuch abzustatten. Aber da werden die Dinge verschwommen. Niemand weiß wirklich genau, was mit Kesnick passiert ist. Phillips sah ihre Mitbewohnerin nie wieder. Und selbst ein Verkäufer konnte Kesnicks Anwesenheit an diesem Abend nicht bestätigen. Als er nächste Morgen herannahte, war Catherine Kesnick immer noch nicht in die Wohnung zurückgekehrt und ihre Mitbewohnerin machte sich große Sorgen. Etwa stimmte eindeutig nicht. Und so rief Helen Russell Phillips laut Baltimore Sun die Hilfe von Freunden, den katholischen Priestinnen Peter McKeon und Gary Coop in Anspruch. Sie kontaktierten die örtliche Polizei und berichteten, dass Kesnick verschwunden sei. Die Nachricht hat viele Menschen erschüttert. Geschichten, die von Capital Gazette geteilt wurden, zeigte, dass Kesnick von allen Menschen, mit denen sie zusammengearbeitet hatte, liebevoll in Betracht gezogen wurde, obwohl sie nur ein paar Monate lang Lehrerin an der Western High School war. Ihre Kollegen hatten nette Worte über sie zu sagen. Western Schulleiterin bemerkte, dass sie eine besonders gute Lehrerin sei, während andere darauf hingießen, dass sie für ihr Mitgefühl bekannt sei. Und es waren die Schüler, die wirklich von ihrer freundlichen Art profitierten. Brichtend zufolge war sie warmherzig und energisch, immer bereit, sich auf ihre Schüler einzulassen, Musicals für sie zu schreiben oder Spiele zu erfinden, um sie zu ermutigen, sich gegenseitig neue Vokabeln beizubringen. Abgesehen davon, dass sie eine gute Lehrerin war, ließ sie ihre Schüler am Wochenende sogar auf ein Gespräch oder ein bisschen Musik in ihrer Wohnung vorbeikommen. Es war kein Wunder, dass die Schüler nach den Nachrichten alle schockiert waren und sich Sorgen machten, dass die Polizei aufhören könnte, nach ihr zu suchen. Der erste Hinweis auf das Verschwinden wurde ziemlich früh gefunden und ihr Auto gab schließlich einen Einblick in das, was passiert war, brachte aber meistens mehr Verwirrung. Die Baltimore Sun erklärte, dass Peter McKean möglicherweise mit Schwester Helen Phillips und Gerard Coop, Schwester Kathys Auto, am Tag nach ihrem Verschwinden gegen 4.40 Uhr unverschlossen vorfanden. Der grüne 1970er Maverick war illegal in der Nähe ihrer Wohnung geparkt. Weiteres Graben enthüllte die Tatsache, dass Nachbarn das Auto angeblich seit 22.30 Uhr dort geparkt gesehen hatten, obwohl es laut Baltimore Sun erst zwei Stunden zuvor auf ihrem zugewiesenen Parkplatz hinter dem Gebäude gestanden hatte. Im Auto befanden sich auf dem Vordersitz eine mit Brötchen gefüllte Bäckereikiste, wahrscheinlich aus Edmondson Village, zusammen mit einigen Blättern und Zweigen. An der Radioantenne verfingen sich noch ein paar Äste und am Blinkehebel am Lenkrad klebte ein weiterer Zweig, an dem ein Stück gelber Faden sich verfing. Das Ganze wirft viele Fragen auf. Das Auto war illegal geparkt, aber nur ein Block von der Wohnung entfernt und es gab kein Anzeichen von Kampf. Es war also wahrscheinlich nicht das Ergebnis einer willkürlichen Gewalttat. Stattdessen war es sinnvoller, wenn jemand, den Kathy Kesnik bereits kannte, sie aus dem Auto nahm. Mit Zweigen und Ästen, die im Auto gefunden wurden, dachte die Polizei, dass sie laut Baltimore Sun eine ziemlich gute Spur haben können. Es ergab Sinn, dass Schwester Kathy Kesnik in irgendein Waldgebiet gegangen sein könnte. Und da Lincoln Park in der Nähe war, begann die Suche dort. Eine Durchsuchung des Parks ergab jedoch nichts und es gab fast zwei Monate lang keinen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort. Laut Crime Museum fanden ein Jäger und sein Sohn am 3. Januar 1970 die Leiche von Catherine Kesnik auf einer informellen Müllhalde außerhalb von Baltimore, schneebedeckt und teilweise von einem nahegelegenen Damm verdeckt. Das genaue Gebiet konnte eigentlich nicht mit dem Auto erreicht werden, was bedeutete, dass sie gezwungen gewesen wäre, dort hinzugehen oder möglicherweise getragen worden wäre. Es ist unmöglich zu wissen, was wirklich passiert ist. Potenzielle Verdächtige sollten Dichten einen Fall bringen, aber das war bei Kathy Kesniks Mord nicht der Fall. Gary Coop war der erste Verdächtige, da er zum Zeitpunkt ihres Todes heimlich romantisch mit Kesnik verbunden war. Später wurde er methodistischer Pfarrer, aber bevor und bevor Kesnik ihren letzten Gelübde als Nonne abgelegt hatte, hatte er sie gebeten, ihn zu heiraten. Sie hatte Nein gesagt, aber sie schrieben immer noch Liebesbriefe und verbrachten Zeit miteinander. Kurz vor ihrem Verschwinden hatte er sie noch einmal angerufen und ihr gesagt, dass er immer noch in sie verliebt sei. Er bot sogar an, seine Position als Pfarrer aufzugeben und sie zu heiraten, wenn sie zustimmen würde. Wir waren alle Menschen. Coop hatte jedoch ein Alibi für die Nacht von Kesniks Verschwinden, da er mit einem anderen Priester ins Kino gegangen war und behauptete, nichts zu wissen. Die Ermittler waren nicht überzeugt und dachten, dass er mehr wusste, als er preisgegeben hatte. Aber die Kirche zwang sie, die Suche einzustellen. Pater A. Joseph Maskell wurde auch zu einer Person, die Zusammenhang mit dem Mord an Schwester Kathy Kesnik von Interesse war. Äußerlich schien er, als wäre mit ihm wenig falsch. Er war damals Ende 20 und wurde als ziemlich charismatisch beschrieben. Berichten zufolge war er leicht zu mögen und arbeitete als Berater mit einem Psychologieabschluss von Johns Hopkins. Viele Eltern aus der Umgebung besuchten regelmäßig seine Messen und ließen ihn ihre Kinder taufen. Und wenn diese Kinder älter wurden, fuhr Maskell sie nach Hause oder zu Terminen. Doch diese charmante Fassade zerbrach 1992. Zwei Frauen meldeten sich damals anonym mit Missbrauchsvorwürfen. Sie wurden später als Jean Wenner und Theresa Lancaster benannt und sagten, dass Maskell und einige seiner Mitarbeiter sie laut Baltimore Sun angegriffen hätten, als sie Schüler bei der Archbischof Kieran High School waren. Es dauerte nicht lange, bis Maskell seine Stelle als Pastor verlor und einige Zeit in einer psychiatrischen Klinik verbrachte. Obwohl er kurz darauf entlassen wurde, anscheinend perfekt geeignet, um in einer anderen Kirche zu arbeiten. Bis 1994 wurden über ein Dutzend Anschuldigungen von verschiedenen Frauen gegen Maskell erhoben, von denen einige missbraucht worden waren und andere es geschafft hatten, seine Advancen abzuwehren. Im Allgemeinen zielte Maskell angeblich auf Schüler ab, die Probleme hatten, entweder akademisch oder zu Hause und rief sie zu Therapiesitzungen auf, was zu Manipulationen und erschütternden Missbrauch führte. Einigen berichten zufolge, verwickelte Maskell auch seine Freunde in den Missbrauch, von denen einige berichten zufolge Priesterkollegen und sogar Polizisten waren. In einer Schule, in der einige Lehrer zu wissen schienen, dass etwas nicht stimmte, aber weiterhin Schüler auf seine Bitte zu Joseph Maskell schickten, bot Catherine Kasnick Licht an einem sehr dunklen, verdrehten Ort. Wie von HuffPost berichtet, wurde die Nonne zu einer Retterfigur für Maskells Opfer, und die Veröffentlichung trug eine Reihe von Geschichten ihrer ehemaligen Schüler zusammen. Wenn sie noch bei Kyo arbeitete, hatte sie anscheinend eine Vorstellung, was Maskell tat, und wenn er einen der Schüler zu Therapy rief, fing sie an und erfand Ausreden, um sie zu schützen. Gene Wenner fügte hinzu, dass Kasnick sie eines Tages beiseite nahm, nur um zu fragen, ob die Priester ihr wehtun würden. Als Wenner nur nickte, versprach Kasnick sich darum zu kümmern, obwohl Maskell angeblich auch danach weiterhin Schüler missbrauchte. Selbst nachdem Kasnick ihren Job bei Kyo aufgegeben und eine Stelle bei Western angenommen hatte, gab sie den Mädchen immer noch, einen sicheren Raum zu reden. Sie wurden immer eingeladen, in ihre Wohnung zu kommen, wo sie sich über die Situation bezüglich Maskell erkundigte. Einer der Studenten war in der Nacht, bevor Kasnick verschwand, tatsächlich da, um über Maskell zu sprechen, nur damit Maskell selbst in die Wohnung stürmte. Die Studentin verließ die Wohnung sofort, merkte aber, dass Maskell wusste, was los war. Joseph Maskell schien zu erkennen, dass die Opfer seines Missbrauchs sprechen wollten und das sie bereits mit Catherine Kasnick sprachen, also begann er Berichtensfolge heftige Drohungen anzusprechen. Tatsächlich gibt es viele verschiedene Geschichten darüber, wie Maskell dem Mädchen drohte, um sie zum Schweigen zu bringen, viele mit Gewalt und der Implikation, dass ihnen niemand glauben würde. Die schrecklichste Drohung von allen ereignete sich jedoch, als Maskell Wenner in sein Auto einlud, nur um sie zu Kasnicks Leiche zu bringen, lange bevor sie entdeckt wurde. Per Wenner, damit kam die ominöse Warnung von Maskell. Siehst du, was passiert, wenn du schlechte Dinge über Menschen sagst? Diese Worte brachten Wenner jahrzehntelang zum Schweigen. Angesichts der Tatsache, dass Catherine Kasnick aktiv gegen Joseph Maskells Missbrauch gekämpft hat, indem sie sich für die Mädchen eingesetzt hat, sowie Maskells Neigung, schreckliche Drogen anzusprechen, ist es einfach anzunehmen, dass ihr Mord mit ihm verbunden war. Laut People vermutete Gene Wenner, dass Kasnick geplant hatte, zur Polizei zu gehen, und Maskell schließlich als das bloßzustellen, was er war. In diesem Fall könnte Kasnick getötet worden sein, um sie daran zu hindern, die Wahrheit zu enthüllen. Es ist nur eine Theorie, und obwohl sie Sinn macht, kann die Polizei sie nicht als wahr beweisen. Aber es ist nicht die einzige Theorie. Inside Baltimore wirft ein Licht auf die Idee, dass der Mord an Kasnick kein Einzelfall war. Es gab tatsächlich sechs verschiedene Todesfälle, die alle miteinander verbunden sein könnten, darunter drei Mädchen im Teenager-Alter, ein Teenager, Kasnick und Joyce Malekki. Alle von ihnen fanden in den späten 60er und frühen 70er Jahren in der Gegend von Baltimore statt, wobei viele der Tatorte und Leichen gemeinsame Merkmale hatten. Aber darüber hinaus hatten sie alle irgendwelche Verbindungen zu Maskell. Entweder arbeiteten sie mit ihm zusammen oder besuchten Kirchen, in denen er Priester war. Malekis Leiche wurde sogar in der Nähe von Fort Meid gefunden, wo Maskell ein Militärkaplan war. Alle sechs Verbrechen sind immer noch ungelöst, also könnten die Ähnlichkeiten technisch gesehen nur Zufall sein. Aber trotz des Mangels an Beweisen sagt die Erfahrung den Ermittlern, dass es einen Zusammenhang geben könnte. Letztendlich starb Maskell 2001, ohne jemals wegen irgendwas angeklagt worden zu sein. CNN berichtete 2017, dass die Polizei das okay hatte, seinen Körper für DNA-Tests zu exhumieren. Aber selbst dann stimmte die DNA nicht mit dem überein, was am Tatort gefunden wurde. Vielleicht war in diesem Fall mehr los als nur Pech. Die Ermittlung gegen einen katholischen Priester stellte eine Herausforderung dar, insbesondere in Baltimore, einer überwiegenden katholischen Stadt, in der Priester regelmäßig mit Verbrechen ungeschoren davon kamen. Die katholische Kirche scheint allgemein zu wissen, wie sie ihr Chaos beiseitigen kann, obwohl in Boston ein viel größeres Skandal aufgedeckt wurde, der weltweit Besorgnis auslöste. Die Erzdiözese Bostons hatte regelmäßig private Vergleiche abgeschlossen und für Schweigen bezahlt, wenn es um Berichte über Missbrauch durch Priester ging. Die Skandale wurden immer wieder vertuscht, indem die verantwortlichen Priester versetzt oder einfach als krank bezeichnet wurden. Some wurden einfach von Parish in Parish verbreitet. Praktischerweise konnten sie auch keine anderen bestätigten Aussagen zum Missbrauch von Joseph Maskell finden, obwohl die Anwälte von Gene Wenner keine Probleme damit hatten. Aber Maskells Fall wurde durch seine Verbindung zur Polizei, durch seine Arbeit als Militärseelsorger und den Vorschlag, er soll Beamten eingeladen haben, die sich an seinen Misshandlungen beteiligten, weiter verkompliziert. Vielleicht war das der Grund, warum ein Mordkommissar in den 70er Jahren angewiesen wurde, den Fall fallen zu lassen und an der Untersuchung gehindert wurde, weil vorgesetzte Berichten zufolge jemanden beschützen wollten. Er ignorierte die Anordnung, nur um laut Inside Baltimore in den Vorruhestand gezwungen zu werden. Leider bleibt der Mord an Catherine Kesnik ungelöst. ist sie dann, in dem das Zeitpunkt stammt ist sie. Und sie exit sind die Anwälte von Eva Feinkleidiger.